Da ist einfach ne Tür. Und ich seh die Scheiß-Tür nicht. Alter, was? Warum gehen wir eigentlich immer weiter runter? Ich dachte unser Ziel wäre es nach oben zu gehen. Geil, Alter. Cool, was bringt mir das? Warte, warum kleider ich nicht einfach aus dem Fenster? Das wäre bestimmt nicht so schwer als die ganze Scheiß-Steine. Ich seh ne Sonne! Hallo? Geil, oh, geil! Neiii! Oah, das klapp. Geil, teils! Geil, du! Geil, du! Ich sehe ein wenig! Geiler dunkler Raum Komm schon, hallo? Wie oft da kann ich die Kamera? Okay, Bruder Dankeschön, Bruder Cool, Bruder, weil die Treppe auch so hoch kriegen Geil Ach, was ist das da? Easy Ey, das hält wenigstens Das ist wenigstens Zeit am Ende Zu weit bestimmt, Bruder Ey Easy, man Ich habe diese Technologie nicht gesehen Ich weiß, was es macht Oh, yeah Cooler Guck schon jetzt Hallo? Wieso ich da denn? Ich habe das 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 Bestimmt wird das über den Skylight Easy und Problem gelöst Lappen Warte, was? 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 Junge Junge Junge, da drücke ich nicht mal dran Ich habe das Ich habe das Ich habe das Ich habe das Ich kann das Ich habe das Worra Boah! Ich muss mich flexen. Wieso? Alles klar, blöde. Zum Glück Alter, ich muss dich ficken. Wollt ihr mich komplett finanziell zerstören oder was? Okay, komm schnell auf die andere Seite. Renn, 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 renn. Easy. Junge, halt doch erstmal die Fresse, ich mach überhaupt nichts. So perfekt, Alter. Meine Fresse. Was? Schade. Dies? Boah, was für eine riesige Wand, Alter. Bäh. Shit, Alter, was? Achso, natürlich. Ey, kein Kippmann. Nein. Junge, ich drück doch das auf. Ich hab schon lex... Wa? Ja, Mann. Was? Wa? Nein. Shit, Alter. Komm schon, Junge. Aus was bestehst du, Mann? Bruder. Wie weit, Junge, willst du mich komplett fahren? Aber... Okay, aber was bringt das? Das ist dann doch die Frage. Hä? Wie, was, wer... Wann? Wieso, was halt warum? Wer fragt, ist fett. JEDER! Okay. Ich brauch den scheiß... ...grünen da, aber wie krieg ich das hin? Und da allerbesten natürlich auch irgendwie, ne, keine Ahnung. Shit, Tiger, ich hab keinen Plan. Au, au, ich könnte einfach draufkennen und gehen. Trotzdem, was bringt mit dis? Nein, nein. Ja, durch das Kabel, wunderviel. Das muss ich machen. Fuck.